Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Hexet. Ja, und wir sind wieder da und wir haben direkt neben uns ein Schwein stehen, oh mein Gott. Ja, was machen wir diese Folge? Und zwar, aber muss ich aber erstmal noch was anderes sagen. Und zwar, ich sag gerade sehr oft, und zwar, egal, auf jeden Fall. Ja, es ist seit der letzten Folge etwas passiert, und zwar bin ich mal ganz kurz on gewesen, um hier was zu gucken. Und dann kam mir plötzlich so ein Creeper und Verzauberter entgegen, und da konnte ich mich nicht ausloggen. Das heißt, ich habe mir schnell geschnappt und ihn umgebracht. Ich habe dafür eine Diamants-Sichel, Diamantensichel, glaube ich, bekommen. Mit Dogback und Ban of Afropods. Ja, klingt ja auch mal ganz interessant. Aber, ich habe jetzt einmal endlich was gemacht, was ich schon lange eigentlich vorhatte. Und zwar habe ich mir ein Bild rausgesucht aus dem Internet, so ein Häuslein, das kam, als ich drunter eingegeben habe. Und das kam da sogar öfters, das Bild. Aber dann werde ich jetzt das mal irgendwie so nachbauen. Ich baute dafür, aber übrigens Wolle, habe ich nämlich gesehen. Und das hieß, was ich jetzt mache, ich gehe als erstes nochmal zurück, um mir Wolle, und dann fange ich mit diesem Gebäude an. Klar, das ist was kopiert, aber ich bin nicht so der kreativste Mensch der Welt. Muss ich mal gucken. Eventuell baue ich das aber auch noch was um und so. Aber ich, ja, ich bin im Moment ein bisschen uninspiriert. Und, ja, so ändert das bei mir nur nochmal, wenn ich uninspiriert bin, dass ich was kopiere. Ich meine, bei dem Wetter wirft mir ja keiner vor, dass ich uninspiriert bin. Es ist so warm draußen. Da kann man sich hier eh nicht mehr konzentrieren. Weil es ist heute nicht so spät oder wäre ich heute früher aufgestanden, wäre ich wahrscheinlich auch noch heute zum Freibad gefahren. Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich ewig dafür anstehen, damit ich da reinkomme. Das heißt, ich bin mal gespannt selber, was ich heute noch tue. So, jetzt hier mal rein. Auch wenn wir mittlerweile eine Türe haben. Ich bin jetzt einfach außenrum drüber gesprungen. So, aber ich komme hier raus. Ich möchte aber die Wolle noch haben. Ich kann ich ja nicht, ne? Jut, dann gehe ich hier mal raus. Und habe jetzt 25 Wolle. Muss erstmal reichen. Ich werde jetzt, glaube ich, auch nicht eh direkt mit dem Gebäude fertig. Ich brauche auch Holz. Das heißt, ich brauche hier am besten Eichenholz. Also, ich gucke manchmal, vielleicht kann es sein, dass ich manchmal so ein bisschen auch was übersteuere. Zum Beispiel jetzt. Ich weiß es nicht. Ich rede ja normalerweise immer so leicht am Mikrofon vorbei. Jetzt gerade ist es so, dass ich links von mir meinen zweiten Bildschirm stehen habe, wo ich das Bild drauf habe. Und wenn ich da hingucke, gucke ich halt genau ins Mikrofon. Und ich hoffe, dass ich dabei nicht übersteuere. Und kann mich dann auch wieder wirklich dem Bauern widmen. Was ich jetzt schon lange noch eigentlich vor hatte, nur nie dazu kam. Und dann würde ich jetzt hier direkt mit dem Bauern durchstarten. So, aber bevor ich anfange zu bauen, das Fels, das braucht noch was. Guck ich aber auch noch mal kurz nach den Hühnchen, die wir hier oben haben. Komm, komm, hier hoch, hier hoch, hier rein. So, ähm, Entschuldigung, gerade ganz kurz. Nein, ein Chicken ohne Eier. Ah, verdammt. Was tut das andere da? Egal. Die werden aber auch irgendwie nicht groß, weil ich immer nur kurzzeitig hier in diesen Chunks bin. Naja, wenn ich jetzt hier baue, denke ich, sollte ich ja schon noch in dem Chunk sein. Und das wird dann hoffentlich alles klappen. Wo baue ich das denn hin? Nach hier vorne? Ja, ich brauche einfach hier, ne? Hier rechts fange ich einfach an. Oh Gott, ey. Ähm. Zaun bräuchte ich dafür auch. Und zwar ist ja eine Seite so ein Zaun. Und zwar 1, 2, 3. Sarah, Entschuldigung, nochmal. So, 1, 2, 3. Ähm, 4, 5 bräuchten wir jetzt. 4, 5 fährt das jetzt an. Okay, dann lasst ich die kurz aus. Und hier kommt dann sozusagen die Säule des Hauses hin. Ähm, mir gefällt dieses Haus, weil es so ein bisschen um die Ecke geht und so ein bisschen mit Wolle und alles gebaut ist. Finde ich relativ geil, denn die Wolle, wobei man muss es nicht mit Wolle bauen. Ich habe das Haus noch in anderen Varianten gesehen, da wurde es zum Beispiel mit, ähm, mit Clay gebaut, aber in dem Fall ist es halt mit Wolle und ich denke, ich baue es auch mit Wolle, denn Clay habe ich zwar da hinten, aber ich glaube, da ist eine Roter bei. Oh, da habe ich da hinten überhaupt Clay, ich weiß es gerade gar nicht. Oder warte, gibt es in dieser Version eigentlich schon Clay? Das ist eigentlich eine Roter als Sand. Ach, ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Ja, so. So. Zack. Ja, okay. Ihr versteht, glaube ich, langsam sozusagen das Prinzip von diesem Gebäude. Wie das aufgebaut ist. Zack. Also, wie das hier von vorne aussieht. Okay, man erkennt doch wen, als ich dachte. Ähm. So. Und. Ähm. Dann sind das hier. So. Zack. Ich sollte es vielleicht nicht direkt so hoch bauen, weil dann komme ich da nicht mehr dran. Und muss jedes Mal neu runterspringen. So. Und viel mehr sehe ich von dem Gebäude auch jetzt nicht, weil es ist ja kein reinregionales Gebäude, wo ich von hinten und von innen gucken kann. Sondern ich sehe es nur von außen. Und wir den Rest ist hier aber auch noch einbauen. Hä? Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Ja. Aber eindeutig falsch. Und zwar. Das nächste. Warte, es ist richtig. Das ist vollkommen falsch. Was habe ich denn hier gemacht? Oh Gott. Traurig, traurig, traurig. Schnell damit wieder weg. Ähm. Oh Mann, diese Eisenachse hat so lange zum abbauen. So. Und zwar muss das nach hier. Damit ist das hier auch falsch. Wobei. Das ist falsch. Ich kann das über eigentlich auch so lassen. Hä? Wieso läuft der? W? Okay, meine W-Taste ist gerade irgendwie eingefahren. LOL. LOL und seltsam. Wobei, ich glaube, ich versetze es trotzdem hier noch was. Und zwar so. Da sind hier drei. So. Und ich habe mir wahrscheinlich heute die beste Zeit rausgesucht, um hier irgendwas zu machen. Weil regelmäßig irgendjemand hier gerade reinkommt, die mir irgendwas sagen will. Ich habe gedacht, ich mache es möglichst früh. Damit ich gleich auch noch was anderes machen kann in den Pool und sonst was. Oder was weiß ich. Und. Nun ja. Jetzt drödel meine Familie langsam ein. Sagt mir, dass sie A in den Pool geht. B. Keine Ahnung, was man mir gerade sagen wollte. Aber. Ich denke, ich belasse es dann gerade erst mal bei dieser einen Aufnahme. Und es nervt gerade echt, dass hier alle paar Sekunden jemand reinkommt. So. Zack. Ähm. Hier auf dieser Ebene kann ich eine Linie ziehen. So. Oh Mann. Ich bin gerade echt ein bisschen genervt. Weil. Ich meine. Ähm. Und ich würde jetzt ja die Aufnahme auch so gesehen neu starten. Problem ist jetzt dann schon wieder. Dass ich ja schon was gebaut habe. Ich das Ganze wieder abreißen müsste. Und das wäre ja auch dann total behindert. Ach. Das heißt. Mal gucken, inwiefern ich da später noch was rausschneiden kann. Oder die Zeit verkürzen kann. Ich meine. Ich war ja eh nur jeweils so. 1-2 Sekunden kurz. Hfk. Aber die 1-2 Sekunden sind mir eigentlich schon genug. Um da am Ende zu sagen. Äh. Ich verkürze die Zeit. Das ist nur ne. Ah ne. Das klappt mit dem Sound im Hintergrund nicht. Weil ich ja die Musik direkt wieder live laufen lasse. Und dann ist es auch da so ein Cut. Und das sieht dann auch schäser aus. Aber das ist jetzt auch völlig egal. Ihr werdet ja irgendwie am Ende sehen, wie das ist. Und nun ja. Nach hier kommt der Eingang. Das heißt. Nach hier. Kommt dann auch ein Weg. Gravel oder sowas werde ich hier machen. Oder ich mach's erstmal mit Kabelstown. So. Man hat's vielleicht gehört. Irgendwas ist passiert. Ich glaub da hat sich. Es hat sich ne Person bei mir im Hintergrund erschreckt. Und irgendwas fallen lassen. Okay. Ist jetzt nicht gerade weit mit meinem Problem. Ähm. Eins. Zwei. So. Nach hier. Zack. 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 Komm ich von hier aus da drauf. Nice. Schöne Sache. Komm ich von hier aus da drauf. Nö. Aber vielleicht. Doch. Das könnte man glaube ich schaffen. Da hoch zu kommen. Ach. Sag ich doch. Ähm. Dann kommt nach hier sozusagen ein zweit Etat. Das wird ein zweistückiges Haus. Und. Ah. Hier kann ich. Das ganze glaube ich eigentlich direkt schon mal wieder wegnehmen. Was ich hier gemacht hab. Hier oben drauf. Denn. Nach hier. Kommt ein Dach später. So ein Schrägdach. Und. Nach. Ach. Irgendwie. Ja. Wie mach ich das so. Und dann kommt noch hier. Da noch da. Da noch da. Und hier geht's dann wieder hoch. Irgendwie so in der Art. Und hier kommt eine Tür rein. Da kommt Fenster rein. Aber. Da tue ich jetzt alles erstmal. Ich brauche nämlich jetzt. Erstmal wieder dieses. Wargwood. Ich guck mal ob ich hier noch was in meiner Kiste habe. Huch. Ja. Ins Bett kann ich mich eh Dreck legen. Kein Problem. Ich wollte aber eigentlich auf die Kiste zugreifen. Da. Hier. Das brauche ich. Das nehme ich mir auch mal lieber einfach mal mit. Und dann bräuchte ich normale Holzstämme. Aber die habe ich wohl nicht. Okay. Noch die 17. Dann verbaue ich jetzt erstmal die 17. Und gehe dann in der nächsten Folge Neues farmen. Und ich hoffe die Folge ist jetzt qualitativ gut. So. Kommt. Oh. Ja. Ich habe es geschafft. Iha. Ähm. An dem Moment mal. Was tue ich? So. Zack. Das wollte ich eigentlich bauen. So. Und dann treppen. So mache ich das. Dann kommen wir mich nach hier. Hoch. Ah verdammt. Habe ich das runtergeschmissen? Kacke. Nach hier kommen Treppen. Und das kommt auch wieder weg. Komm schon. Zack. Das gibt es doch nicht. Wieso? Ah jetzt. Wenn ich auf der untersten Stufe von der Treppe bin. Dann kann der irgendwie nicht richtig bauen. Ich weiß nicht wieso. Aber das ist mir schon öfters mal aufgefallen. Jetzt habe ich noch einen Schluck auf. So. Gibt es aber nicht. Ich verbau mich die ganze Zeit. Und dann wieder weg. Und her. Damit. Zack. Jo. So wird es später aussehen. So oder so ähnlich. Ähm. Und hier kommt halt noch die zweite Etage drauf. Werden wir aber jetzt nicht weitermachen. Sondern ich gucke jetzt erstmal was hier gerade los war. Und sag dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.